Der Prophet sah einen Mann, der einen Goldring anhatte. Dann ging der Gesandte zu ihm. Und dann hat er den Ring von seinem Finger abgemacht und ihn weggeworfen. Waqal, will einer von euch es wagen, eine glühend heiße Kohle an der Hand zu tragen? So hat er den Ring abgemacht von dem Finger von diesem Mann und hat ihn geschmissen. Weggeschmissen! Als der Prophet gegangen ist, dann sagten die Sahaba zu diesem Mann, der den Ring getragen hat, Sie sagten zu ihm, nutz diesen Ring, indem du ihn zum Beispiel verkaufst oder hab einen Nutzen davon, aber trag ihn nicht. Er sagte, la wallahi, bei Allah, ich würde diesen Ring nie wieder zu mir nehmen. Warum? Denn der Gesandte, sallallahu alaihi wa sallam, hat ihn weggeworfen. Was für ein Muslim wäre ich, wenn ich diesen Ring wieder nehme?